Lebensretter gewürdigt. Der Vogtlandkreis und der DRK Blutspendedienst ernten gestern Abend 60 Frauen und Männer für ihre 100., 125., 150. sowie 175. Blutspende. Nach wie vor verdanken viele Patienten ihr lebensfremden Menschen, die sie nie getroffen haben und nie treffen werden, die aber freiwillig und uneigennützig Blut gespendet haben. Würdigte Landrat Dr. Tassilo Lenk die selbstlosen Spender während der 15. Festveranstaltung im Klinikum Obergölsch. Damit die medizinische Versorgung mit Blutkonserven weiterhin gewährleistet werden kann, warb er zugleich um Neu- und Erstspender. Gut 7 Prozent aller Vogtländer sind Blutspender. Damit wurden im letzten Jahr rund 17.000 Blutabnahmen und 891 Neuspender gewonnen.